Hohe Maschinenkosten, zunehmend enge Erntefenster und die herausfordernde Logistik in der Ernte fordern innovative Ideen und Lösungen. Neben dem klassischen Handel und der Beratung unterstützen wir Sie bei der Ernte und der Logistik mit allen individuellen Gegebenheiten vor Ort. Vom ersten Anschnitt des Feldes bis zur Überwachung der Erntemengen und der Qualitäten im Drescher stehen Ihnen unsere Ernte- und Logistikprofis zur Seite. Im Verbund mit konzerneigenen Technikpartnern nutzen wir stets die modernste Druschtechnik und gewährleisten zügiges Ernten sowie den schnellen Abtransport von Ihren Flächen. Die Feldabfuhr des Ernteguts wird digital gesteuert. Im Lager erfolgt die Getreideannahme auf mehreren Linien. Die schnelle Beprobung und Abwicklung der anliefernden Fahrzeuge sorgt für kontinuierlichen Drusch auf Ihren Feldern. Über die App erhalten Sie an jedem Punkt der Erntekette live Einsicht in Ihre Kontrakte, Anlieferungen und Qualitäten des Ernteguts. Anhand der Qualitätsparameter werden die anliefernden Lkw mit dem digitalen Hufleitsystem direkt zur korrekten Annahme geleitet. Im Durchschnitt verbringen Sie nur zehn Minuten auf dem Gelände. Das Komplettpaket für Ihre Ernte. Die mobile Ernteflotte der Agravis Ost. Agravis Ost. Ihr starker Partner. Zuverlässig, flexibel und digital.